So, Startaufstellung, Männer. Im Tor, der Stegen. Ganz ehrlich, Junge, du bist die ärmste Sau heute. Ja, wie immer. Verteidigung, ich bin Viererkette. Henris, Schlotter, Beck, Rüdiger, Gosens. Ist ja der Grund, dass der Stegen die ärmste Sau heute ist. Was soll das denn heißen? Digga, was für Scheiße sind. Du, der fast junger Mann. Sechser, Gündogan neben Kimmich. Macht irgendwas, beiß den Mbappé oder so, dass der nicht auf die Viererkette zuläuft. Okay, was? So, davor Sané, Müller, Gnabry, Brandt. Ohne Stimme heute, weil euer toller Ex-Coach kein Stimme mitgenommen hat. Müller, du bist der Einzige, der irgendwie leiden könnte draußen, ja? Mach irgendwas Witziges, dass sie dich nicht auch noch hassen. Aye, aye, Captain. Ansonsten geht da raus, denkt dran, wir sind in Dortmund. Die sind Enttäuschungen gewöhnt.